Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben, dann mal ab wie diese Fahrt. Es sind einmalige Einblicke in dieses großartige Wembley-Stadion, ganz gleich, wer hier aufläuft. Die Atmosphäre ist immer einzigartig, Gänsehaut vorprogrammiert. Und nun die Nationalhymne der Schweiz. Das ist ein Gänsehaut-Moment. Das ist ein Gänsehaut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und es geht weiter Also die Leistung stimmte auf beiden Seiten im ersten Durchgang, auch wenn beide nicht getroffen haben, die Schlüsselfrage im zweiten Durchgang, wer hält die Konzentration länger aufrecht? Kimmich, Klostermann, wunderbar nach vorn gespielt Klasse geklärt von Rodriguez Granit Xhaka Und die Flanke von Scherdan Xhaka Riccardo Rodriguez mit der kurzen Variante Da war er voll auf der Höhe Es ist immer noch nichts passiert, noch immer keine Tore Lichtsteiner Im Bono haben wir Seferovic Rüdiger Holt ihn sich wieder Und durch die Mitte Da ist die Chance Da ist die Müll Oh, Freunde, was für ein wunderbares Tor Das ist ihre Spielphilosophie Bei der Oberung mit hoher Aggressivität Und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschlusskampf Da ist die Schlüsself Und das ist die Chance Untertitelung Untertitelung An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Sie bringen ihren Tempo-Dribbler. Eine durchaus sinnvolle Zusatzoption in dieser Situation für Steven. Und damit steht es 1-0. Es hat sich irgendwie angedeutet. Es hat einen neuen Aggregatszustand hergestellt. Aber gelaufen ist diese Partie natürlich noch nicht. Es geht über links. Aber sowas von deutlich, das ist Freistoß. Das muss eine gelbe Karte geben. Aber wenn es so eine Versammlung gibt, rund um einen am Boden liegenden Spieler, dann ist da wirklich was los. Shaqiri. Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1-0 der Spielstand. So, vorne ist oben, Einwurf. Gleich noch einmal frisches Personal. Das ist definitiv ein offensiver Wechsel, der Sinn macht. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Werner ist das. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Sensationell reagiert. Es hat nicht viel gefehlt zum Ausgleich. Sie bleiben in Führung und der Dank dafür geht an den eigenen Torhüter und nur an den. Kurze Ecke. Granitschaka. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Macht er den? Das könnte was werden. Toll gelöst. Und der ist drin. Die Schweiz mit dem Ausgleich. Einfach und erfolgreich. Da haben sie die Situation richtig erkannt. Das Anspiel kommt an. Der Abschluss stimmt sowieso. Ein schön herausgespielter Treffer. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. Na, sowas nennen wir dann doch mal eine Einwechslung mit wunderschönen Konsequenzen für den Joker. Wir sind auf Remikus. So, alles wieder offen. Wir stellen das Ganze auf Null. Und jetzt die Frage, wer kann mit diesem Unentschieden mehr anfangen? Wer hat jetzt die besseren Antworten auf die Fragen, die dieses Spiel aufwirft? Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Mit der Brechstange. Freistoß für Deutschland. Das könnte durchaus eine Karte geben. Ne, der Umparteiische will nur ein ernstes Wölkchen mit ihm reden. Abpfiff, das Spiel ist beendet. Die Partie endet unentschieden und es war, weiß Gott, kein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines ohne Sieger. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie? Na ja, wie heißt es immer so unschön, schiedlich, friedlich? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob Sie wirklich mit dem zufrieden sind, was Sie heute erreicht haben. Das war's von uns. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper. Ich danke dir, Marco. Cool. Das war's. Das war's. Das war's.